Joa! Hallo! Hallo! Servus, grüß Gott. Hallo. Hey Bruder, alles klar. Alles gut bei dir Bruder? So muss es sein. Was ist mit Engelsgesicht? Mein Name von Kindheit. Weil ich so nicht schau. Oh! Du bist so wunderschön! Künstlername halt. Wie heißt du wirklich? Chari nennt man mich. Chari ist türkisch, aber kann man nicht so gut aussprechen. Wo kommst du her gebürtig? Türkei, äh Türkei. Wo in der Türkei? Istanbul. Okay. Du willst für uns singen heute? Nee, ich bin nicht so der Sänger, ich bin Freestyle, einfach Freestyle. Ich bin auch eigentlich schlecht vorbereitet. Aber ich hab guten Instinkt, ich kick mal einfach dann. Mit Beat oder was? Mit Beat, ja, Mozart Beat. Okay. Was Neues, New Level, Mozart einfach. Wow! Gut, gut. Okay, alles klar. Test. Ja, es geht gleich an, mach dir keine Sorgen, es ist alles gut. Test. Freestyle, ja? Freestyle, ja, einfach Freestyle. Test. Test. Pimmel, Arsch, Babygirl, du bist sowas von geil. Nur mal für unsere Zuschauer, Freestyle bedeutet, seine Worte kommen jetzt vom Korb frisch, nix vorbereitet. Das sagen die immer, dann hauen sie doch ihr Standardding raus. Ich hol mir die Kohlen wie Dieter Bohlen. Ah, wow. Von Bohlen empfohlen musst du singen. So, jetzt. Okay. Ah, ah, yeah. Pass auf. Ruhe jetzt. Eins, zwei, drei. Vier. Ich sieh Kokaino wie Al Pacino, der Beat ist der Burner wie Tina Turner, du hast einen geilen Arsch wie Kiel. Ich sieh Kokaino wie Al Pacino, danach trink ein Cappuccino, ich bin der Beste, traknall schutzsichere Wesse. Es geht immer weiter wie ein Ghostwriter, es ist zu krass. Einfach mal Freestyle auf den Mozart-Beat. Babygirl, du bist sowas von geil, komm mach mal twerk. Ich weiß nicht was ich laber, doch Hauptsache der Text gibt irgendwie ein Sinns. Chewie, was geht ab Bruder, du bist mein Vorbild, du bist mein Halbbruder. Es ist immer weiter, auch wenn ich runterfalle, Freestyle einfach so, yeah. Ich hol dich runter von Himmel, schieb dir meinen Pimmel, es ist Charlie wie Muhammad Ali, yeah. Hey, Miss Fetty, Fetty, your Burner. I'm Power Shunk, give a mother shunk, baby girl. Hey, es geht immer wieder weiter bis die Scheiter, yeah. Es war gar nicht mal so gut. Bitte? Es war gar nicht mal so gut. Ja, pass auf, Nummer 1 hast du gelogen. Bitte? Es war nicht spontan, ja, sondern den Text hast du dir vorher überlegt. Ich zieh Kokaino wie Alpacino, danach trink ein Cappuccino. Ich zieh Kokaino wie Alpacino, ich zieh Kokaino wie Alpacino, danach trink ein Cappuccino. Das war jetzt nicht so geil. Also sollte jetzt irgendwie ein Durchwunder weiterkommen. Ja, aber du bist überhaupt nicht gut, entweder der Flow ist geil, noch bist du auf dem Beat, ja. Du warst nicht drauf. Ja, das ist... Uns hat das nicht so gut gefallen, irgendwie. Ulrich ist voll nett mit dem. Warum? Also bei der zweiten Runde hätte ich dann Tänzerinnen und so dicke und so, würde ich meine Art rüberbringen. Dicke Tänzerinnen? Ja, ja, ich so richtig dicke Tussen, aber... Ja, ich würde richtig Jamaika rüberbringen, aber... Schade, warum hast du die heute nicht mitgebracht, du? Das ist in der zweiten Runde, wenn ich weiterkomme. Ich passe nicht in dein Muster, es tut mir leid, sonst hätte ich dir vielleicht helfen können, aber ich habe keinen dicken Arsch. Ja. Das Ding ist einfach, das kann wirklich dein Leben verändern. Also, das ist wirklich eine riesen Chance hier. Und du nehmst es so auf die leichte Schulter, machst hier einen auf. Nee, nee, nee. Natürlich, Mann, was ist denn das für ein Scheiß, was du da gerade gemacht hast? Und zwar Freestyle, da freestyle ich besser und ich kann es nicht, Mann. Ja, eigentlich kompletter Müll und äh, also Tür auf. Tschüss. Danke. Ganz gut. Der hat ihm jetzt richtig die Meinung gegeigt, echt. Viermal nein. Tschüss. Er will einfach nur seinen Scheiß raushauen. Also, wenn du dich jeden Tag im Spiegel anguckst und nur scheiße siehst, irgendwo musst du sie raushassen. Das ist einfach so. Ja. 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 Ja.